Messerattacke in der Klingenstadt Solingen. Die Witze, die könnte man gar nicht besser schreiben, aber hier sind Menschen zum Opfer geworden, hier gibt es Tote zu beklagen, Schwerverletzte, die immer noch in Lebensgefahr schweben. Dennoch ist es auf dem Fest der Vielfalt in der Klingenstadt Solingen zu einer Messerattacke gekommen. Ich sagte bereits, die Wortwitze kann man besser gar nicht schreiben, aber es ist hier im Rahmen der Trauerphase ein bisschen davon abzusehen, hier nur Witze zu machen. Alle spekulieren über Täter, alle spekulieren über Motiv. Dabei gibt es relativ klare Beschreibungen von Zeugen vor Ort. Wir können uns auch einfach mal anschauen, was das ZDF daraus macht. Weiß man denn schon irgendetwas über den Täter? Es gibt Zeugenaussagen, denen zufolge soll es sich um einen arabisch aussehenden Mann handeln, was auch immer das heißen mag. Um einen arabisch aussehenden Mann handeln, was auch immer das heißen mag. Liebes ZDF, das mag heißen, dass ihr im Jahr 2024 immer noch nicht in der Realität in Deutschland angekommen seid. Wenn es ein arabisch aussehender Mann gewesen ist oder sein sollte nach den Zeugenaussagen, wird es mit Sicherheit nicht der Neonazi mit den Springerstiefeln vom CSD, vom Leipziger Hauptbahnhof gewesen sein. Und hier kommt euer Weltbild nämlich an die Grenzen. Ihr könnt es nicht ertragen, dass bei den Messerdelikten wirklich die Ausländer überrepräsentiert sind und dass es deutsche Messerattacken so gut wie keine jedes Jahr gibt. Eine für dieses Jahr kenne ich, wo ein weißer Christ mit einem Messer gegen Moslems gerannt ist. Jetzt sind wir hier in Solingen auf dem Fest der Vielfalt. Dieser Wortwitz schreibt sich schon von alleine. Solingen ist auch bunt statt braun. Der Bürgermeister, er hat hier auch versprochen, dass die Frauen aus Marokko und Pakistan sicher sind. Sie werden sie beschützen. Er hat wohl seine eigenen Frauen vergessen in dieser Stadt. Und für alle, die jetzt wieder sagen, das hat aber nichts mit dem Islam zu tun, das sind verwirrte Einzeltäter, da muss man sagen, nein, wir haben ein riesengroßes Problem mit dem Islam und mit dem Koran als solches. Im Koran stehen Dinge drin. Wenn die AfD über die Linken schreiben würde, würden sie die AfD mit gezogener Waffe aus ihren Häusern holen. Und hier wird unter dem Deckmantel der Religion erlaubt, was sonst in der Regel verboten ist, weil es einfach gegen andere geht. Ich zitiere hier gern mal Sura 8, Vers 12. Das mit dem Schlagen auf den Nacken, das ist auch der Grund für die vielen Messerattacken gegen Kopf, gegen Hals und so weiter. Ruven Lauer in Mannheim war das beste Beispiel. Doch es geht jetzt hier noch weiter. Folgendes, Sura 9, Vers 5, wirklich hoch im Stritten. Das ist es, wo ich immer sage, surrender to Islam. Sie wollen mit vorgehaltener Waffe, dass du zum Islam konvertierst. Und das Hauptproblem ist, dort steht, tötet die Götzendiener. Zeigt mir ein Wort in der Bibel, zeigt mir ein Wort in der Tora, wo man Andersgläubige töten soll, mit der Aussage, es hat Gott so gewollt. Das ist das Kernproblem, über das sie immer nicht reden wollen in diesem Land. Es kann nicht sein, dass eine Religion eine Ideologie verfolgt, die in ihren Schriften überall das Töten hat. Und auch dieses Einteilen in die Ungläubigen, dann soll man sie schlagen. Das ist Gewaltverherrlichung, teilweise ist das Anleitung. Ich weiß, dass ich hiermit auch vielen nicht gefalle, wenn ich das sage. Es gibt viele Muslime, denen ist das völlig egal, was im Koran steht. Die sind halt Muslim, leben hier, trinken Alkohol und so weiter. Aber das Problem ist, wir dulden hier eine Religion, ohne hinzuschauen, was in ihren Büchern geschrieben steht. Zeigt mir, wo in der Bibel steht, dass wir töten sollen. Da steht, du sollst nicht töten, ist sogar eines der zehn Gebote. Aber nichts hat mit nichts zu tun in diesem Lande. Selbstverständlich, es war wieder Freitagabend nach dem Freitagsgebet. Es ist statistisch inzwischen auffällig, dass Messerattacken meistens am Freitag vorkommen, nachdem die ganzen Männer aus der Moschee gekommen sind, wo wieder irgendeiner der radikalen Prediger dann über die Ungläubigen, also die Kuffar, gesprochen hat. Und teilweise werden dann da auch einfach diese Suren vorgelesen und zitiert. Es gibt hier natürlich noch eine weitere. Wenn ihr diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt und so weiter. Und Allah ist groß und barmherzig und so weiter. Das war jetzt Vers 4 in Sure 47 von Mohammed. Im Namen Allah ist es barmherzigen. Wenn man sich mal damit befasst, sieht man erstmal, was das für ein teilweise kranker, ideologischer Müll ist, der da geschrieben steht. Die Leute, die glauben daran. Ich sage trotzdem, in einer westlichen Welt, in der wir hier leben, können wir solche Dinge nicht akzeptieren. Religions- und Glaubensfreiheit für jeden im Privaten, selbstverständlich, aber nicht mit den Wünschen, andere zu töten. Da geht es definitiv zu weit. Da bin ich dann irgendwann auch intolerant und sage, wenn deine Religion es befürwortet, Ungläubige zu töten, darfst du das bei mir nicht ausleben. Komme von dem Gedanken weg, dass andere Menschen getötet werden dürfen, aus irgendwelchen Gründen. Das existiert nicht. Und hier wird sich der Westen dann am Ende entscheiden müssen, will er dann lieber das Arabische, das Kulturmodell des Islam haben. Danach sieht es im Moment aus. Sie wollen diese Diskussion nicht führen. Dann bin ich hier eher ein Rechter, ein Nazi, ein Islamophob, wie sie alle sagen. Aber Leute, wenn ihr wüsstet, was da drin steht, würdet ihr nicht solche flapsigen Kommentare abgeben. Es ist jetzt wirklich bezeichnet hier in Solingen, in der Klingenstadt, beim Fest der Vielfalt, Freitagabend nach dem Gebet, gab es Attacken auf die Nacken von Ungläubigen, von den Kuffar. Aber klar, das Motiv ist völlig unbekannt hier. Ja, das sagen sie immer, weil sie das nicht in ihren Kopf kriegen, dass es ganz viele islamistische Terrorattacken in diesem Lande gibt. Selbst der Innenminister von NRW war heute Nacht, kurz nach eins, in Solingen. Ungefähr 50, 60 Autos von Sondereinsatzkommandos sind nach Solingen beordert worden. Man hat bisher keinen Täter ermittelt und das, obwohl es auf diesem Fest zehntausende Besucher gab und es mit Sicherheit Handyaufnahmen oder so weiter geben muss. Ich habe Zeugenberichte gehört, die wurden zehnmal vernommen in fünf Stunden und am Ende ist dabei bis jetzt nichts herausgekommen. Wirklich eine dynamische Lage, muss man noch sagen. Aber die Tagesschau bzw. das ZDF, Sie wissen nicht, was man mit einem arabisch aussehenden Mann als Täterbeschreibung anfangen soll. Ihr müsst endlich mal in der Realität ankommen, in der Realität, in der wir alle hier leben, in der Realität, in dem Gewalt, Messerdelikte, Tötungsdelikte, Raubdelikte auf offenen Straßen in Deutschland inzwischen zum Alltag gehören. Die ganze Welt, sie lacht über uns, die ganze Welt ist schockiert, wenn sie unsere Straßen sieht, Obdachlose, Flüchtlinge, überall sieht es aus, wie als wären wir hier schon Kalkutta oder Addis Adeba oder Ulaanbaatar oder, was wollt ihr noch haben, Damaskus. Oder Kabul. Es ist wirklich phänomenal. Diese Situation in diesem Lande, sie wird nicht zu lösen sein, wenn wir ideologisch die Brille aufsetzen und sagen, oh, ein arabisch aussehender Mann, Freitagabend, oh, eine Messerattacke. Ja, da gab es bestimmt einen Streit vorher. Leute, nein, nein. Das ist, wenn Ideologie den Kopf befallen hat. Ja, das, was ihr den Rechten ja vorwerft, ja, wo ich immer sage, es gibt so wenige richtige Neonazis, ja, die mit Klatze und Springerstiefeln, ja. Ich sage, aber das gibt es hier auch. Das sind diese Fundamentalisten. Und die Mehrheit, die Mehrheit schweigt. Das ist das große Problem. Die Mehrheit der Muslime dürfte kein Problem damit haben, die Dinge wie Schlagen und Töten aus dem Koran herauszuschreiben. Aber für sie ist es das Wort Gottes, das ungeschrieben gilt, auch 1500 Jahre danach. Und genau da kommen wir jetzt an die Probleme, die es in der Realität mit sich bringt, wenn über eine Milliarde Menschen einen Glauben praktizieren nach Standards von über 1500 Jahren zuvor. Aber ich bin dann wieder der Islamophobe. Von mir aus bin ich der Islamophobe. Ich möchte mich davor schützen. Ich möchte keinen Schlag in den Nacken von einem, also ihr wisst, was ich meine. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn du auch zu viel hast von diesem Land, dann empfehle ich mal Auswandern mit Kopf, um die Gedanken umzulenken oder vielleicht auch wirklich die Koffer zu packen. Mein neuer Zweitkanal. Ansonsten schau mal auf Telegram vorbei. Da gibt es das Video mit den Leichen aus Solingen. Ansonsten habe ich noch X und sage Tschau, bis bald.